und auch die hybrid ich habe keine punkte Glückwunsch, Hyrulewitz. Ach ja, stimmt. Hier unten sind wir stehen geblieben. Schön und friedlich. Hier möchte ich nicht mehr weg. Hier sind wir für den VIP-Status. Ja, ist auch ein Ziel, ne? Ist auch ein Ziel. Jo. Jetzt haben wir hier oben. Wir haben wieder geschenkt, Box. Einmal. Na, toll. Ja, gewinnert. Warte, 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 warte. Klingt seit einer Minute. Das ist ja nichts Tolles. Okay. Stimmt, da haben wir noch einen Punkt zu vergeben. Muss ich einmal ganz kurz den Guide einmal öffnen. Bevor ich das wieder vergesse. Bewahrer. Hier oben, Guide. Äh, wir sind bei dem. Wollen wir mal das hier? Jo. Jehün. Schöne Katzen, Mautzen. Okay. Ach, du grüne Neuner. Hier, warte mal. So. Oh Gott, alles da oben. Okay. Den, wie schön, wer... Aber, das hier? Äh. Nee, neu ist es nicht. Warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz... Jetzt mal kurz nachgucken. Das ist... E-Mauts. Das ist das, äh... 1000-Bitty-Maut. Gibt's eigentlich schon lange. Das ist eigentlich... Eigentlich schon recht lange gegeben. Es sind nur neue... Äh, der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Das sind die, die neu sind. Ansonsten? Nee, es sind alles die alten. Nur die vier sind neu. Hat sich irgendwas hier am Status geändert? Nee. Stade. Stade. Stade mit E. So. Warte mal, wir können eigentlich auch ein neues Pferdchen nehmen, ne? Hat er doch nicht... Jetzt. Hier war doch neu. Ich will mal Robb-Türfüße und das Essen suchen. Mach das! Viel Erfolg dabei! Okay, da muss ich einmal hin. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, bring mich einmal von... Von A nach B, bitte. So. No. Come on. Ach, eigentlich müsste ich einmal nach Brene. Wegen der VIP-Belohnung. Komm, ich... Hab ich mich hier? Doch, dann haben wir uns verbunden. Dann... Sieht einer den Stallmeister? Da, glaube ich. Ich grüße euch. Hm. Hm. Was tut man hier alles für seine VIP-Belohnung? Ich will, glaube ich, nur etwas Skyrim zucken. Mach das. Auf Skyrim hätte ich auch mal wieder Bock. Ich habe jetzt, glaube ich, auch seit... einem Jahr nicht mehr gespielt. Skyrim. Könnte ungefähr hinkommen. Könnte ungefähr hinkommen. Ach so, können wir gleich mit dem Handwerk... Kann ich gleich mal gucken. Aber erst mal will ich kurz die Sachen holen. Ja, dann können wir eventuell gleich noch mal kurz ein bisschen Handwerk betreiben. Bei dem Schürfern. Bre ist schon wieder unmöglich. Oh Gott. Bre auf einem Sonntag. Geht gar nicht. Los, raus hier. Da, weiter. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Hallo. Wohnung. Einmal. Zweimal. Zweimal. Ach, du grüne Neune. Alles Leute, die RP betreiben. Stimmt, Sonntag sind, glaube ich, hier auch immer Konzerte. Im Bre. Wenn ich mich nicht recht entsinne. So, in aller Regel. So, hier ist die Schmiede. Absitzen. Bank öffnen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ich war nur schon mal vor. Jetzt ist ja noch die... Ja, das muss ich kennen. Nein, Hyper. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Bilierte Rubin. Bilierte Blutsteine. Auch einmal. Habe ich keine Blutsteine mehr? Polierte Amatist. Polierte Achat. Und wie sieht es unpoliert aus? Ach, Harte. Amatist. Das wahrscheinlich dann auch noch. Ich wollte den schon lange bringen. Oh Gott. Naja. Jetzt hast du auch das geschafft. Alter Mann. Ich wollte gerade sagen, habe ich die da jetzt drin? Ja. Das hier. Polierte Opale. Okay. Dass du ihn gut fandest, Iron, die Frage stellt sich schon gar nicht mehr, ne? So. Lehrling haben wir nichts mehr. Hier haben wir noch ein bisschen... Oh, einer aus der anderen Gilde. Ich habe noch ein paar Gold. Ich kann ein Weilchen dauern. Mit ein bisschen Glück kriege ich da meinen Meister. Der hat das nur... Okay. Wartiert mehr. Ne, ja. Juhu. Experte habe ich auch vollständig. Beedeln. Komm, machen wir nochmal Weißgold. Hier möchte ich jetzt einfach noch kurz gucken. Habe ich ernsthaft keinen? Bergen, Eisenerz. Wie viele Brocken. Ich dachte, ich hätte mehr. Naja. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir einmal polierte Rubine. Okay. Dann machen wir einmal polierte Rubine. Oh, der Schweinchen ist cool. Ja. Und... Oh. Pulitzer Damant. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Na ja. Ja. Na ja. Und sonst so. 45, 44, 43. Jetzt stelle man sich mal vor, ich hätte diesen VIP-Trunk eben nicht genommen, ne? Dann wären wir in drei Stunden noch nicht fertig. Hier, hier ist ganz besonders spannend gerade. Ganz besonders spannend. Hm. Ist gut quatsch. 82. Meider. Ja. Kann ich aber... Ah, ne, ich habe auch gar keinen Platin. Okay. So, jetzt noch mal alles in die Box zurückpacken. Werden wir jetzt nämlich soweit alles? Äh, ne, das war ja nicht. So. Was ist das denn da eigentlich? Ach, makellose Fälle. Okay. Ja gut, die makellosen Fälle verschicke ich einmal. Hallo. Die schufst du einmal rein. So. Perfekt. Und jetzt einmal mit dem Markstein zurück. So viel zum Handwerk heute. So. 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 So, jetzt müssen wir irgendwo in die Richtung. Der hat mich überholt. Die war ein bisschen schneller als ich. Erstmal so ein höheres Level. Ach hier, das Hilf kann ich ja mal rauspacken. Eigentlich sowieso. So. So. Äh, einmal. Ne, hört auf mich zu verfolgen, ich will nicht. Nicht nie wohin. In die Ruin von Artubel. Da hinten. Ne. Ne. Ehrenfeller. Leicht vom Weg abgekommen. Ach. Und, da ist auch noch was? Was? Was ist das? Aber wo sind diese zwei Dinger? Ich glaub, die Suche ist schon seit Anbeginn dieses Gebiets. Zwei Quests. So. In unserem Lagern. Ah. Okay. Das hier ist Trollhöhen. Das ist Bruchte. Okay. Das erklärt's. So. Deine Quests ist kacke, die will ich nicht. Was? Hier oben war aber noch jemand. Bleibt und hört mich an. Hubert Griffel. Ich finde seine Griffel nicht, weiß ich das. Äh, beschafft Hirschländen. Also wieder arme kleine Hirsche töten. Ich würde mich schicken. Ach. Outsch. Zwei. Nee, das ist da hinten auch ein Räuber. Räuber brauchen wir nicht. Die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. Bist du nervös? Oh, das hochwertige Eisen sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Ja, und das war jetzt vollständig, aber... Dann kann ich noch ein bisschen was herstellen. Weiß ich ja noch nicht, wie viel ich dafür brauche. Den Kampo muss trotzdem direkt nach vorne gehen. Aber hier nicht auch noch. Warte! Warte, 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 warte. Okay, Katzenohre, also Katzenohren einmal mit Glöckchen, ohne Glöckchen oder die Plüschohren. Okay, mit Glöckchen. Also, okay, okay, mit Plüsch, okay. Mit Plüsch. Ist ja gut, ist ja dein Plüsch. Kreuzig frisch ist wieder, der liebt ja die Öhrchen. Bei der ist, glaube ich, sogar schon im Bett. Luppern die Öhrchen? Luppern sie die Öhrchen. Irgendwie sind die so sehr cool. Die bräuchte dann halt einfach nur anklipsen, ne? Und ich könnte so sehr, wenn ich die Öhrchen mache. Ja, das ist ja so cool. Ich dachte, du bist im Bett. Aber ich zeig natürlich auch gern eines unserer Haustiere. Ich hab mir das abgesehen. Ich wusste, du aber kannst du da auch noch finden. Weil im letzten Mal hatten wir Leo. Dann machen wir mal. Cleo und Leo warten schon auf mich. Natürlich tun sie das. Leo ist unter dem Bett lagen. Nein, wie süß. Der ist der kleine Purzel. Und der ist Stinkerpurzel. Der Troublemaker. Die Süßen. Oh, sind sie nicht süß. Die sind so knüppelig. Am liebsten direkt mit den Knüppeln holen. Und wir töten weiter Hirsche. Hat einer Bock auf Hirschbraten vielleicht? Eventuell. Das ist so knüppelig. Das ist so knüppelig. ... Wir sind so knüppelig. Wir sind so knüppelig. Töten. Ich kann noch eigentlich... Ja. Nebel. Nebel kann auch mit uns herlaufen. Ja, Hirsch. Aber auf Hirsch hatte ich mal wieder Bock. Hirsch ist lecker. Hirsch ist echt richtig, richtig lecker. Was ist das denn? Weltstärkster. Hier, Bären. Ja, wobei Hirsch schmacken lieber als Wildschwein zum Beispiel. Wobei ich hier auch Hirsch besser etwas tragen kann, vom Magen her. Ja, und genau das mag ich halt beim Wildschwein nicht. Also es kann gut schmecken, habe ich auch schon oft gegessen. Aber Reh mag ich halt lieber. Lieber so ein kleines Bambi. Ja, was denn ist so Bambi? Oder Bambis Mutter oder keine Ahnung. Alle Rehe heißen Bambi. Die, die nicht Bambi heißen, heißen trotzdem Bambi. Logisch? Klar, wobei? Gut. Ist ja gleich schon 22 Uhr, ne? Die Zeit einfach mal verfliegt. Zeit verfliegt einfach mal. Das ist auch nicht fair, diese Bären hier zu töten. Na ja. Wobei es laufen ja hier auch mehr als genug rum. Ja, schade sehen auch nicht mehr. Also ich bin mal gespannt, wie lange wir hier noch in diesem Gebiet sind. Beim letzten Mal haben wir für das Gebiet hier hinten ja ungefähr acht bis neun Stunden, glaube ich, gebraucht. Da könntest du dir nochmal genauso lange dauern. Ungefähr. Guck mal. Da geht die Straße lang. Ich hab nichts gesagt. Weshalb ich auch wieder mit diesem ganzen Helft, Helft dem und dem. Die haben ja meistens, bis zu einer Instanz, relativ viele Quests. In aller Regel. In aller, aller Regel. Ich weiß nicht, warum die hier nicht kommt. Ich weiß nicht. Ah, ne, doch. Ich dachte, das wäre dieser komische Hoppe jetzt. Was ist denn aus dieser Welt geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Eine Quest abgegeben. Ich finde das gut gemacht, das kann sehr lecker sein. Dann hat man Hirschbraten als Roastbeef gemacht. Boah, war das lecker. Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Ähm. Irgendwo hier hinten. Was für ein schrecklicher Tag. Na? Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Da mit Druckleutschstücke. Kriegen wir wohl irgendwie hin, ne? Steckbrief. Ach, das ist kleine Gefährtengruppe. Okay. Autsch. Mit Stücke für Feuer. Wohl. Aber wie wir dann nach hinten eiern. Waren wir doch gerade erst. Dann sagen wir mal eher einfach nur gebrochenes Bein. Feilschan ist es ja noch nicht. Dafür war es nicht hoch genug. Um zu sterben. Das war nichts. Schade. Ich bin enttäuscht. Jetzt bin ich sehr... Okay. Oh, sterben macht Spaß. Sterben ist schön. Nein, ist nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. In Spielen kann es doch bestimmt mal sein. Denke ich. Ich bin ein bisschen ein bisschen passiert. Ist das? Die sind die sind überschreiten. Das ist das? Das ist beim Glänz. Das ist ja auch der Kriegsgericht. Das ist das. Der ist ja auch der König von Kuckst. Was ist das? Das stimmt, rein theoretisch wollten wir ja heute noch das Buch der Tat machen, ne? Naja, mal gucken. Sonst mach ich das nächste Buch einfach mal. Und hier. Und hier. Oh, wie geht's denn? Es wird gut um nie. Oh Gott, wieder zurück. Moment mal, würde ich mich gern öfters teleportieren können. WB-Mapper. Viel hast du bisher nicht verpasst. Wir haben ein bisschen Tierchen gejagt und gerade Holz gesammelt. So viel ist nicht passiert. Ja, die zwei Kerzen sind ausgegangen. Kurz mir einen ins Bett geworfen. Ja, meinen habe ich auch schon ins Bettchen gebracht, quasi. Oh, ich will auch. Ich will auch. Ich will auch ein Duplo. Duplo lecker. Ich mag Duplo. Oh, ich will auch ein Duplo. Äh, da. Da ist die gute Frau. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Nein, nein. Ich benötige nichts. Duplo durchs Willandrück. Wäre schön, wenn das gehen würde, ne? Wäre echt mega schön, wenn es gehen würde. Nein, warum bin ich so blöd? Naja, okay. Autsch. Wir reiten eine Zeitlupe. our​ Nein, Mann, war preheatlich. Das ist irgendein am situação. Okay. Ich muss gucken, dass ich irgendwie den Weg darüber finde. Beim letzten Mal sind wir ja einfach runtergesprungen. Und das, äh, ja. Tat Aua. Das tat mächtig Aua. Und so hat er vorhin mit meiner Hilfe ein Universum mit einem Glas für meine Kollegen gebastelt, die mir was geschenkt hat. Er will mir hier ein Danke damit sagen. Oh, wie süß. Voll cool eigentlich, ne? Also ich war im Basteln ja immer einer Niete. Basteln lag mir so gar nicht. So, ich werde mir aber, glaube ich, einmal ganz kurz, bevor wir weiter reiten. Ich nehme mir einmal nochmal ganz fast eine Rose an, wenn es okay ist. Ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. Weil ich habe Angst, dass es dann doch auf den Magen schlägt. Äh, 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 äh. So, ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. So, ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. So, ich hab mich alles. So, ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. So, ich bin in drei, drei Minuten wieder. So, ich habe mich mal in 2 Stunden. So, ich bin in drei Minuten wieder da. So, ich bin in drei Minuten wieder da. So, ich bin in drei Minuten Kind wcześniej crowning. So anime Eing08 ist mit drei Minuten bei efterricht, echt待ってbinht. Es ist mit mir Zuf. Toaher, wie hier seit Folge da sie haben.